Beim Basketball gibt es natürlich auch ein paar Regeln. Viele machen immer einen Schrittfehler. Ich zeige euch heute, wie ihr das vermeiden könnt bzw. wie ihr das üben könnt. Dazu setzen wir das Dribbling immer gleichzeitig auf den Boden mit dem linken Fuß, wenn man mit rechts ribbelt. So, dann stehen wir wieder und machen das Ganze nochmal. Selbe natürlich auch mit links auf den rechten Fuß. Ich mache es einfach ein paar Mal vor und dann könnt ihr gucken wie es geht. Also, filterweit hinstellen, Dribbling auf den linken Fuß, ein bisschen mit dem Fuß setzen und immer wieder stehen. So, ihr könnt das einmal hin und zurück machen mit der rechten Hand und dann macht ihr das auch mit der linken Fuß. Also, jeweils einmal hin und zurück. Können auch gerne zweimal machen, dreimal. Tut euch einfach eine Strecke, ungefähr fünf Meter und dann übt das einfach. Viel Spaß!